Herzlich Willkommen zu unserer Top 10 Show und wir wollen jetzt einmal einen Jahresrückblick machen von den Highlights im Jahr 2022 und ich kann Ihnen sagen, da ist auf jeden Fall ordentlich was dabei, also es lohnt sich jetzt dran zu bleiben und wir fangen auch direkt an mit unserem Platz Nummer 10 und der kommt jetzt für Sie. Platz 10 ist ein richtiges Highlight, kann ich komplett nachvollziehen, dass wir unseren WLAN-HDMI-Stick in der Sendung haben, weil das ist eine super praktische Lösung. Sieht so unscheinbar aus, oder? Wenn man ihn so sieht, so ein bisschen wie so ein etwas überdimensionierter USB-Stick, dabei hat er hier einen HDMI-Anschluss und passt hervorragend sicherlich auch bei Ihnen am Fernseher mal in einen freien HDMI-Steckplatz, also einen Steckplatz, wo Sie normalerweise Ihren Satelliten oder Ihren Kabel-Receiver dran verbinden. Ich möchte wetten, dass viele von Ihnen jetzt wahrscheinlich satt sind, jedes Mal dann, wenn Sie irgendwo Bilder, beispielsweise Urlaubsbilder zeigen wollen, das Ganze irgendwie in einer Gruppe von 4-5 Mann auf diesem kleinen Handy-Display zu tun. So eine Übertragung auf den Fernseher wäre doch mal großartig, dann kann man das Ganze auf 50, 60 Zoll in der Hochauflösung und dann entsprechend auch mal im Wohnzimmer einer ganzen Gruppe zeigen und das mal ganz entspannt. Am besten natürlich auch dann, wenn man vom Handy aus quasi die Fotos weiter bedienen kann, um sie dann mal groß zu zeigen. Und genau dieses, genau das kann dieser kleine sogenannte WLAN-HDMI-Stick, denn der verbindet ganz einfach Ihre Geräte, die Sie im Netzwerk haben zu Hause, mit Ihrem großen Fernseher. So, das kann ein Smartphone sein, das kann ein Tablet-Computer sein, das kann auch mal ein Laptop sein, auch mal für eine Präsentation oder ähnliches und das Ganze geht denkbar einfach. Und Jan hat das auch mal für uns ausprobiert, hat ja auch ein paar Fotos auf Ihrem Handy drauf. Ich selber habe das zu Hause auch schon mal ausprobiert, das hat hervorragend funktioniert und alles das, was Diana jetzt auf ihrem kleinen Handy-Bildschirm sieht, hat sie gleichzeitig jetzt eben auch auf dem großen Fernseher im Wohnzimmer. Und ich glaube mal so ein wunderschönes Urlaubsfoto oder mal ein Urlaubsvideo zum Beispiel, wie das, was wir jetzt gerade eben gesehen haben, kommt auf einem 50, 60 Zoll großen LCD-Fernseher nochmal ganz anders rüber als auf einem kleinen schmalen Telefon. Aber es geht auch um die ganzen Apps, überleg doch mal, du kannst Spiele spielen, du kannst, was weiß ich, diese ganzen Streaming-Dienste, Sie haben wahrscheinlich einen Fernseher, einen Smart-TV vielleicht schon, der alle Streaming-Dienste kann, aber der kann garantiert nicht alle, weil heute ist Paramount gestartet mit einem eigenen Streaming-Dienst in Deutschland. Das gibt es noch gar nicht bei den ganzen Samsungs und Toshibas und wie die Fernseher alle heißen, diese App. Sie können das jetzt von Ihrem Handy aus schon drauf steuern, wenn Ihr Fernseher nicht all die Apps hat, alle Streaming-Dienste, die Sie gerne hätten, können Sie das ganz bequem hier vom Handy aus machen. Natürlich, wenn Sie gar kein Smart-TV haben, können Sie den Smart machen damit. Und das Ganze hier für 18,99 Euro. Wahnsinn. Wir reden nicht die ganze Zeit vom Fernseher im Wohnzimmer. Das heißt, das Streamen, wie man so schön neugäufig sagt, also die kabellose Übertragung vom Smartphone auf den Fernseher. Vielleicht haben Sie aber auch einen Beamer zu Hause und möchten ganz einfach auch mal im Sommer auf eine große Leinwand zum Beispiel im Garten mal einen schönen Abend mit Freunden erleben und vielleicht mal einen schönen Film gucken. Dann machen Sie das Gleiche doch einfach mit Ihrem Beamer. Alles, was einen HDMI-Anschluss hat, unter anderem auch ein moderner Beamer, ist in der Lage, jetzt hier die Inhalte Ihres Smartphones, Ihres Tablets oder auch mal Ihres Laptops einfach wiederzugeben. Und das sicherlich auf einem Niveau, was Sie bis jetzt nicht kannten. Ist unglaublich beliebt auch bei den Jugendlichen, die natürlich unglaublich viel am Smartphone haben. Handys, Handys schon, Quatsch, Fotos oder kleine Videos und so weiter. Auch sowas wie YouTube lässt sich ganz einfach auf den Fernseher übertragen. Und das Ganze hier in super Qualität. Drahtlos, kabellos, auch vom Rechner. Mit der Bestellung war PX2434 und der 569. Das war unser Platz Nummer 10. Ein super Trendprodukt hier. 18,99 Euro. Wahnsinnspreis. Wir machen weiter mit dem nächsten Platz und der kommt jetzt. Das ist Platz Nummer 9. Unser Cover-Modell vom Sommer. Es handelt sich um eine Smart- und Fitness-Watch. Vielen Dank. Ja, eine Smartwatch, glaube ich, ist gerade bei Teenager unglaublich hip, unglaublich angesagt. Aber natürlich auch bei den Erwachsenen, weil so eine Smartwatch natürlich nicht nur die Uhrzeit anzeigt, sondern auch sehr viel mehr kann. Beispielsweise Ihre Vital-Daten anzeigen. Kann das Ihre Armbanduhr, die Sie gerade am Handgelenk tragen? Wahrscheinlich in den seltensten Fällen. Ich persönlich, und das sage ich immer wieder, gerade bei unseren Smartwatches, bin so ein kleiner Bluthochdruck-Patient. Nur jedes Mal das Bluthochdruck- oder das Blutdruck-Messgerät mehr an den Arm zu hängen, ist natürlich etwas, dass ich zu Hause morgens und abends regelmäßig tue. Aber unterwegs ist das eine ausgesprochen schwierige Angelegenheit. Oder versuchen Sie mal, Ihren Puls zu messen. Mit der Uhr am Handgelenk mal eben den Finger auf der Arterie und dann mal gucken, dass es einigermaßen passt. Das ist nahezu ausgeschlossen. Das kann diese Uhr alles. Zeigt Ihnen nämlich Ihre sogenannten Vital-Daten an. Die Herzfrequenz, den Blutdruck und das zuverlässig. Ich habe es sogar mal persönlich verglichen. Blut, Sauerstoff, sogar Ihre Körpertemperatur können Sie hiermit anzeigen. Und hier sehen wir auch jetzt mal diesen optischen Sensor, der das Ganze zuverlässig für Sie erledigt. Unabhängig davon ist diese Smartwatch natürlich auch mal ein super Motivator. Und gerade jetzt im Winter, ja, hatten wir letztens auch schon mal das Thema, ist Sport so eine Sache? Ich gehe meistens morgens. Man braucht die Motivation jetzt. Ja, also, weißt du, gerade ist es dunkler, nächst du dir auch. Ja, Frühstücksfernsehen ist auch ganz interessant. Da haben wir auch nicht viel Motivator zu haben. Frühstücksfernsehen ist interessant. Ich finde, ja, anders als eine Stunde Krafttraining oder so. Da gucke ich lieber Völ-TV. Nee, also dieses Smartwatch kann natürlich auch Ihre Schritte zählen und auch Ihre Kalorien daraus brechen. Und Sie können sogar unterschiedliche Sportarten einstellen. Wenn Sie da jetzt vielleicht auch gute Vorsätze für das nächste Jahr haben und sagen, auch Mensch, mal so ein, zwei Kilo runter oder sowas, ganz einfach mal ein bisschen aktiver werden oder vielleicht einfach mal ein bisschen mehr spazieren gehen. Und Sie möchten gerne wissen, wie viele Schritte bin ich denn heute gegangen und wie viele Kalorien habe ich dabei verbraucht. Das zeigt Ihnen diese Uhr zuverlässig an. Sie können sich auch ein Ziel setzen, zum Beispiel 10.000 Schritte pro Tag. Und wenn Sie jetzt abends auf dem Sofa sitzen und feststellen, es sind nur 9.000 geworden, dann gehen Sie vielleicht noch mal eine extra Runde in den Hund raus oder schnappen sich Ihren Partner, um die 10.000 Schritte voll zu machen. Und wenn Ihnen diese Uhr dieses Erfolgserlebnis anzeigt, werden Sie sich besser fühlen. Zumindest geht es mir mitunter so. Die ist natürlich vollumfänglich wasserdicht, deswegen haben wir es Ihnen eben gezeigt. Wiegt also gerade mal um die 40 Gramm. Die werden Sie am Handgelenk kaum merken. Hat ein zuverlässiges Metallgehäuse, ein schönes Silikonarmband und ist unglaublich spitzenklasse, auch im Fernbediening Ihres Smartphones. Wenn Sie zum Beispiel einen Fernauslöser für die Kamera an Ihrem Smartphone haben wollen, ist das damit machbar. Oder wenn Sie auch mal Ihre Musik steuern möchten, obwohl das Handy woanders liegt, können Sie es hier von Ihrer Uhr aus tun. Und sogar Nachrichten von Ihrem Smartphone werden Ihnen auf Ihrer Uhr angezeigt. Wenn Sie vor, Sie sind draußen im Winter, haben das Smartphone in der Innentasche Ihres Mantels und es kommt eine Nachricht, dann lesen Sie die doch ganz einfach auf Ihrer Uhr. Sehr, sehr cool gemacht und vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich nach wie vor unheimlich. Schlagbar. Ja, über den Preis müssen wir hier sprechen, denn der TV-Sonderpreis liegt bei dieser Fitness-Smartwatch bei 32,99 Euro. Das ist ein wahnsinnig guter Preis für so eine Uhr, die hat so viele Funktionen. Also ich bin richtig begeistert von der Uhr. Ich bin ein Fan von der Uhr. Die ist cool, ne? Ich würde mich richtig freuen, wenn ich die zu Weihnachten kriegen würde. Ja, finde ich auch. Ein sehr schönes Modell, die sehen wir mal, auch gerade beim Sport und so weiter. Also diese Vital-Daten ist ein unglaublich großes Thema für Teenager, aber eben auch mal für Erwachsene, weil es ganz einfach auch mal ein sinnvoller Effekt ist, den man hier damit machen kann, unabhängig von dem ganzen Spaß, die diese Uhr vermitteln kann. Ja, Sie bestellen unsere Fitness-Smartwatch. Das ist sogar der Platz Nummer 9 hier in unserer Top 10 mit der ZX-5174 und der 569 für knapp 33 Euro. Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber auch der nächste Platz lohnt sich und das ist der Platz Nummer 8 für Sie. Ja, bei Platz Nummer 8 kann ich Sie mal fragen, wie viele Sprachen Sie denn so drauf haben? Wie viele Sprachen können Sie denn so sprechen? Also bei mir ist es tatsächlich Deutsch, Englisch und ein bisschen Französisch. Dann hört es wieder auf. Da fängt der ja gerade mal erst warm. Ja, ja. Den haben wir Ihnen im letzten Sommer immer wieder mal gezeigt, als wir natürlich in der Haupturlaubszeit unterwegs waren, so Mai, Quatsch, Juni, Juli, August, das sind so die Hauptferienmonate und da braucht man natürlich gerade, wenn man andere Länder bereist, dann schon mal einen zuverlässigen Sprachübersetzer. Jetzt wollen Sie nicht jedes Mal einen Simultanübersetzer neben sich haben oder jedes Mal überlegen, oh Gott, wie heißt denn Arzt oder was heißt denn eigentlich Fischrestaurant oder was heißt Taxi auf Italienisch oder von mir aus auf Chinesisch, um da nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Dieser kleine Kamerad, der weiß das, denn der kann 106 Sprachen für Sie übersetzen. Vom Deutschen in die entsprechende Sprache Ihrer Wahl, aber auch von einer anderen Sprache ganz einfach wieder zurück ins Deutsche. Und das kann er machen mit dem gesprochenen Wort, genauso wie mit dem geschriebenen Wort. Mit dem gesprochenen Wort fangen wir an, ganz kurzen Blick auf die Bedienung, das ist die Frontseite, das ist das eigentliche Menü. Im oberen Teil sehen Sie die Muttersprache, in dem Fall nehmen wir mal Deutsch und im unteren Teil wählen Sie ganz einfach die Sprache aus, in die Sie übersetzen möchten. 106 Sprachen haben Sie zur Verfügung und wir haben jetzt mal, damit Sie es vielleicht zu Hause besser nachvollziehen können, mal auf Englisch eingestellt und das testen wir jetzt ganz einfach mal. Hallo Monika, hast du denn eigentlich schon deinen Weihnachtsbaum zu Hause aufgestellt? So, jetzt arbeitet der hier. Hallo Monika, have you left the Christmas tree at home? Ja, schon auf Englisch übersetzt? Ja, hab ich ihn schon aufgestellt. Magst du antworten? Der untere Knopf? Mhm. Ja, ich habe meinen Weihnachtsbaum schon aufgestellt und geschmückt. Ja, nur dumm. Ja. Genau. Du hättest auf Englisch antworten müssen. Ach so. Ups. Das ist ja jetzt der andere Partner, der in seiner Lande sprach. Yes, I have. Ja, das habe ich. Ja, das wollte ich sagen. Ja, also das ist fantastisches Gerät. Sie sehen, wie hervorragend das funktioniert. Jetzt gehen wir mal eine Spur weiter. Ja. Jetzt habe ich hier mal so einen Text aus dem Italienischen für Sie. Und ich habe vor vielen Jahren mal Italienisch gelernt. Ich muss zugeben, außer eine Pizza bestellen kann ich auf Italienisch noch sehr wenig. Rezeption, Skateboard, E-Scooter, mehr kann ich da wirklich nicht sehen. Ja, also es geht um irgendwelche Fun-Sport-Arten oder so, oder? Ja, aber mehr, muss ich zugeben, könnte ich da jetzt auch nicht rausinterpretieren. Deswegen zeige ich Ihnen eine andere Funktion. Und das kommt natürlich auch da mal zum Tragen, wenn Sie irgendwo unterwegs sind. Sie können hier auf Kamera umschalten. Ja, und das ist nicht gedacht, um Urlaubs-Selfies zu schießen. Dafür nutzen Sie vielleicht andere Möglichkeiten. Sie können mit dieser Kamera diesen Text abfotografieren. Und ich gehe jetzt mal vom Italienischen ins Deutsche. Und genau das möchte ich jetzt mal wissen, was denn da jetzt steht mit Skateboard und so weiter. Klingt ja interessant, ne? Zack, so. So, jetzt fangen Sie mal hier. Jetzt übersetzt er mir das. Ich habe das jetzt abfotografiert und jetzt übersetzt er mir das. Und jetzt kann ich entweder lesen oder ganz einfach mal anhören, was da steht auf diesem Zettel. Fahrradverleih, kostenloser Fahrradverleih, Anmeldung an der Rezeption. Wir haben Fahrräder, Tandem, Skateboards und Roller für Sie, bis der Vorrat aufgebraucht ist. Ja, hier ist aber flott. Ja, das ist doch gut. Und bitte, das war jetzt nicht einfach nur ein Satz, so was wie Guten Morgen oder Guten Abend oder Auf Wiedersehen. Das ist jetzt wirklich mal eine komplette Textzeile. Wenn Sie jetzt irgendwo im Ausland sind und das gleiche würde in 106 Sprachen natürlich entsprechend auch funktionieren. Und Sie sehen jetzt hier mal einen Text von der Sehenswürdigkeit und wissen nicht wirklich, was steht denn da eigentlich. Dann übersetzt er Ihnen eben auch das geschriebene Wort. Natürlich auch Warnmeldungen und so weiter. Also es ist ein fantastisches Gerät und gehört für mich persönlich in jede Reisetasche mit rein. Und nach dem Urlaub ist bekanntlich vor dem Urlaub, ne? Ja, du kannst vor allem auch Sprachen lernen damit, Jan. Überleg mal, du brauchst keine Wörterbücher. 106 Wörterbücher ist schon mal eine ganze Bibliothek, würde ich mal sagen. Hier alles in diesem kleinen, kleinen Gerät. Sehr, sehr einfach zu bedienen und natürlich, Sie können es einfach in die Hemdtasche stecken, haben es dann überall dabei im Ausland und können ja richtig kommunizieren. Es geht ja nicht darum, jetzt mal nur zu sagen, wo Taxi, sondern es geht darum, wo ist das Taxi und was kostet es ungefähr zum Bahnhof. Oder wo essen, ja. Also der Echtzeit-Sprache-Übersetzer mit 106 Sprachen, ich wusste nicht, dass es 106 Sprachen gibt, der kann sich auch der ganzen Welt und hier unterbringen. Die Bestellung ist die NX4668 und die 569. Schilder auch, das kann ja manchmal sehr, sehr wichtig sein. Natürlich in Restaurants, aber auch dieser kostenlose Skateboard-Faller, der hat es mal angestellt. Ich fahre gerne Skateboard. Ich bin früher gerne Skateboard gefahren. Hab ich immer noch versucht, was tue ich nicht. Ich habe es vor zwei Jahren das letzte Mal versucht, es ging komischerweise. Also das war unser Platz Nummer 8, der Sprach-Übersetzer. Wir machen weiter mit Platz Nummer 7. Bleiben wir mal beim Urlaubsthema. Ich fahre in Urlaub und möchte gerne wissen, was ist denn zu Hause los? Und wenn etwas los ist, möchte ich das auch gerne aufgenommen haben mit einer Überwachungskamera. Da haben wir jetzt hier, wie ich persönlich finde, eine der besten Outdoor-, also Außenüberwachungskameras, die wir überhaupt im Programm haben. Denn diese Kamera jetzt hier ist nicht nur ein unglaublich zuverlässiger Begleiter, der auf jede Bewegung reagiert im Einzugsbereich des Bewegungsmelders und entsprechend alles das aufzeichnet auf einer Speicherkarte. Das, was die Kamera sieht. Sie sehen, Monika bewegt das Ganze auch. Lass mal gerade ganz kurz mal gucken, ob ich das Signal habe. Ja, ich zeige mich mal eben was. Ich kann die Kamera nämlich auch jederzeit selber bedienen. Das heißt, die bewegt sich entsprechend nach meiner Vorstellung. Das tut sie aber auch vollkommen automatisch, wenn sie eine Bewegung erkannt hat. Das bedeutet, sie hat ein sogenanntes Objekt-Tracking. Wenn also irgendjemand auf ihrem Grundstück marschiert und sich da umschaut, obwohl er da gar nichts zu suchen hat, können sie das Ganze ganz einfach verfolgen. Die Kamera tut das automatisch. oder sie tun das natürlich auch, und das geht noch zuverlässiger hier, auch gerne mal per Fernzugriff von ihrem Smartphone aus, denn die Kamera ist vollumfänglich WLAN-fähig. Ich sehe dich. Jetzt nicht mehr. Das Bild ist echt der Hammer, Carsten. Das ist wirklich genial, oder? Können wir mal hier etwas größer reinschauen? Achtung, komm mal hier. So, hier. Ganz nah ran, sehen wir das? Das ist der Hammer, ne? Zack, mal richtig nah drauf. Das hat nichts mehr mit dieser grauen, Überwachungskamera-Grafik zu tun. Hier haben wir eine richtig hohe Auflösung in Farbe, und das Ganze wird mit Ton auch noch aufgenommen. Durch diese Pan-Tilt-Funktion, heißt das, können wir natürlich auch einen Bereich abdecken, der normalerweise, wo du sechs, sieben Kameras bräuchtest. Ja, das ist der Punkt. Das Schöne ist, sie hat natürlich nicht nur übertagt, ein gestochen scharfes Bild, das heißt, wir reden hier von einer Full-HD-Auflösung, also wirklich brillant von der Bildqualität hier in Farbe. Die hat natürlich auch eine Nachtsicht, und das mit locker mal 50 Meter Reichweite. Das ist wirklich enorm. Damit kann man einen ganzen Bereich seines Grundstücks abdecken. Und das Schöne ist, Sie müssen sich hier jetzt nicht überlegen, wo habe ich denn jetzt eigentlich die nächste Steckdose, oder wie sieht es denn jetzt eigentlich hier mit dem Akku dieses Gerätes aus? Ist der Akku noch vollgeladen? Kann ich entspannt mal zwei Wochen in den Urlaub fahren und mein Grundstück dann damit quasi von dieser Kamera überwachen lassen, damit dann nichts passieren soll? Sie haben ein Solarpanel hier oben mit drauf, das haben Sie schon gesehen. Das heißt, dass ein Akku immer wieder automatisch geladen wird. Natürlich, wenn so eine Kamera mal auflöst, braucht die Kamera Strom, und dementsprechend leert sich dann auch der Akku. Aber durch das Tageslicht wird der Akku immer wieder neu mit Strom versorgt. Das muss also auch nicht so drauf sein, wie Sie es jetzt hier sehen. Sie können das also auch ein bisschen in Richtung Sonne oder in Richtung Wetter ausrichten und haben damit einen zuverlässigen Begleiter. Ein ganz fantastisches Modell, Mikro- und Lautsprecher ebenfalls mit dabei, und das Ganze dann eben auch jederzeit so einstellbar, dass Sie gewarnt werden, wenn die Kamera im Erfassungsbereich des Bewegungsmelders eine Bewegung registriert hat. Übrigens kann man auch die Unterscheidung einstellen zwischen Mensch, Tier und Objekt. Sie wollen ja nicht, dass Sie jedes Mal auf dem Handy gewarnt werden, wenn also jetzt mal irgendwo eine Katze übers Grundstück läuft oder wenn mal die Birke auf Ihrem Grundstück durch den Windstoß oder was bewegt. Ja, das würde die Kamera theoretisch gesehen auch auslösen, aber wenn Sie das nicht wollen, dann stellen Sie ganz einfach auf Mensch ein und dann erkennt die Kamera den Unterschied. Das ist ein ganz fantastisches Modell und eine tolle Möglichkeit zur Überwachung und gibt Ihnen mit Sicherheit auch im Urlaub oder wenn Sie nicht zu Hause sind, mal ein gutes Gefühl. Gibt Ihnen Sicherheit, darum geht es, aber vielleicht ist es auch einfach nur, Sie wollen sehen, wer sich an Ihren Mülltonnen zu schaffen macht oder welcher Hund bei Ihnen den Vorgarten immer macht. Das wird hier alles aufgenommen. Sie können das jederzeit abrufen hier mit dieser tollen App oder live mal schauen, was ist denn da zu Hause los in einer super Auflösung. Ich finde die Kamera so toll. Ja, die ist echt klasse. Auch ohne Strom, das ist es ja noch, ne? Ja, und die bekommen Sie hier zum TV-Sonderpreis von 142,49 Euro. Also das ist es echt wert hier. Das ist Ihre Sicherheit. Hier haben Sie alles im Blick. Gerade auch, wenn Sie jetzt vielleicht über die Weihnachtstage bei Ihrer Familie sind und nicht zu Hause, dann ist es echt sinnvoll, wenn man sich diese Überwachungskamera anbringt. Weil es wird ja so schnell schon dunkel. Um 15 Uhr ist es dunkel. Es bleibt auch morgens sehr lange dunkel. Und da möchte man einfach auf Nummer sicher gehen. Das können Sie hier mit dem Platz Nummer 7 unserer Pantilt-Überwachungskamera mit Full-HD-Aufnahme und natürlich unserem Solarpanel da dran. Das finde ich auch richtig praktisch. Also auch hier müssen Sie sich gar nicht um die Stromzufuhr kümmern. Sie sehen alles auf dem Handy. Wunderbar. Bestellen Sie mit der ZX50, 34 und der 569. Und wir machen auch gleich weiter mit dem nächsten Platz. Das ist der Platz Nummer 6 für Sie. Bei Platz Nummer 6 kann ich Ihnen verraten, ich arbeite täglich mit diesem Produkt und ich bin ein Riesen-Fan. Sieht in einer zarten Damenhand natürlich noch etwas schöner aus. Einer der beliebtesten Laptops. Zunächst einmal reden wir von einem Laptop, den wir überhaupt im Programm hatten in diesem Jahr. Und wir hatten eine etwas größere Stückzahl. Davon ist nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Das heißt, jeder, der noch einen haben möchte, sollte jetzt also wirklich tun, nichts zugreifen. Übrigens ein kleiner Hinweis noch, wenn Sie jetzt bestellen, liefern wir sogar auch noch pünktlich vor Weihnachten und das in diesem Fall sogar noch Porto- und Versandkostenfrei, so wie immer, ab 150 Euro. Und so langsam aber sicher wird es eng. In knapp zwei Wochen ist Heiligabend. Und wenn Sie da was Spektakuläres unter dem Baum haben wollen, wie zum Beispiel dieses fantastische Laptop von Hewlett Packard, ist das mit Sicherheit mal eine sehr, sehr interessante Alternative für Sie. Ein wunderschönes Modell, das Elite X2. Es ist aber nicht nur ein Laptop mit 12 Zoll Größe, also gut 30 Zentimeter in der Diagonale. Und darüber hinaus ein wunderschönes Gerät und ein leistungsstarkes Gerät. Ja, ist wunderschön gemacht. Sie haben hier zwei in eins. Darf ich? Ja, bitte. Und wenn ich sage zwei in eins, dann meine ich das auch so. Sie können nämlich hier den Bildschirm, nennen wir es zunächst einmal so, ganz einfach von der Tastatur trennen. Das wird magnetisch verbunden oder eben ganz einfach getrennt. Und dann machen Sie aus einem Hochleistungs-Laptop ganz einfach mal einen sehr, sehr praktischen Tablet-Computer. Das sind diese etwas größeren Bildschirme, die auf Berührung reagieren. Und das können Sie natürlich jetzt hier nochmal ganz anders handhaben, als Sie das normalerweise mit einem Laptop gewohnt sind, weil der Bildschirm eben auf Ihre Bewegung reagiert. Monika hat gerade schon die Kamera angemacht. Sie haben zwei Kameras dran, eine nach vorne, eine nach hinten, wie Sie das wahrscheinlich auch von Ihrem Handy aus kennen. Das heißt also, auch Fotos sind kein Thema, auch Videochats und so weiter sind großartig. Und die junge Dame jetzt hier an der Rand sieht man, glaube ich, alleine mal von welcher Auflösungsqualität wir hier sprechen. Schön. Ist natürlich schon mal ein Highlight, alleine schon von den Farben und von der Darstellung her. Das muss man sich mal überlegen. Wir haben hier einen Hochleistungsprozessor drin. Wir haben 8 GB Speicher und 256 GB Speicherkapazität für alle Ihre Daten, 8 GB Arbeitsspeicher. Und das bedeutet, Sie haben hier natürlich auch einen Tablet-Computer mit entsprechenden Werten. Und wir wissen alle, Ingo, dass dann normalerweise ein Tablet-Computer mit solchen Werten allein schon locker mal bei 300, 400 Euro liegt. Wenn du überhaupt einen kriegst, überleg mal, 256 GB große Festplatte, 8 GB Speicher. Speicher ist eine interessante Größe, weil je mehr Speicher ein Rechner hat, desto mehr Sachen können Sie gleichzeitig machen, desto schneller können Sie im Internet unterwegs sein und natürlich für Spiele auch noch mal viel besser hier. Also wirklich ein sehr guter Laptop, der eben dann zu einem fantastischen Tablet wird. Ein 2-in-1-Gerät, super schlank, elegant, kann man leicht über ihn mitnehmen. Laptops sind ja sehr schwer zu kriegen im Moment. Bezahlbare Laptops auf gutem Niveau, mit einem vernünftigen Leistungsstandard, ist schwierig zu bekommen. Wie machen wir das mit den Preisen? Das ist ein ganz entscheidender Punkt, liebe Zuschauer. Das Gerät ist nicht neu, sofern möchte ich zu Ihnen sein. Es ist einer unserer legendären geprüften Leasing-Rückläufer. Und das machen wir mittlerweile seit über 10 Jahren ausgesprochen erfolgreich. Wir sind einer der größten Versender im Bereich der geprüften Leasing-Rückläufer in Deutschland. Und die Rücklaufquote, das heißt die Retourenquote bei uns, liegt bei diesen Gerätschaften im unteren einstelligen Prozentbereich. Und das zeigt schon, auf welchem hohem Qualitätsniveau wir hier tatsächlich sogenannte Leasing-Rückläufer einkaufen. Gelegentlich gelingt es uns, gerade von den großen Marken, Hewlett-Packard, Lenovo, Acer, Dell und wie sie alle heißen, eine kleine Stückzahl sogenannter Leasing-Rückläufer zu bekommen. Mit sehr viel Herz gehen die aber nicht einfach nur direkt wieder in den Wiederverkauf. Die lassen wir zunächst einmal genauestens überprüfen von einem der größten Refurbisher Europas. Und die testen jedes einzelne Gerät noch mal ganz genau durch, testen einzelne Funktionen, einzelne Bestandteile des Gerätes. Und da ziehen jedes einzelne Gerät noch mal einen umfangreichen Funktionstest. Und erst wenn die erste Wahl haben, dann kommen die wieder bei uns in den Wiederverkauf. Ihr Vorteil, ein Neupreis bei diesem Gerät in der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von knapp 1500 Euro. Bei uns bekommen Sie heute einen absoluten Sahne-Preis. Und der liegt noch unter dem Preis von unseren Kollegen von Pearl.de. Ja, es ist ein sogenannter Joker-Preis, den wir Ihnen hier anbieten. Regulär bei uns, was schon unglaublich ist, für 459 Euro, 449,99 Euro. Wir haben für diese Sendung noch mal 50 Euro runtergenommen, 399,99 Euro. Es ist einfach das Beste aus beiden Welten, Laptop und Tablet hier in einem Gerät. Es geht ja auch darum, man arbeitet natürlich am Laptop, aber man will auch den Spaß haben. Und da kommt eben dann diese Tablet-Funktion dazu, dass man mal einen Film gucken kann, dass man mal ein Spiel spielen kann. Es gibt so tolle Spiele für Tablets und so macht es so viel Spaß, mal im Bett einfach mal irgendeinen Streaming-Dienst anzuschmeißen und noch mal einen Film zu gucken. Die Bestellnummer hier für unseren HP Elite Book X2 ist die REF REF 4090 und die 569. Ein Refurbished-Produkt, also ein Leasing-Rückläufer, den wir Ihnen hier eben zum Sonderpreis anbieten können. Erste Wahl, optisch und technisch nicht von einem Neugerät zu unterscheiden für mich. Also ein ganz fantastischer Laptop, den ich bedenkenlos empfehlen kann. Vielleicht haben Sie auch einen alten Laptop, der schon ein bisschen langsam ist und vollgepackt ist. Hier ist ein ganz frisches Betriebssystem draufgespielt worden. Sicherheitssoftware ist drauf, dass Sie auch im Internet sich gut bewegen können, also sicher unterwegs sind. Ganz, ganz toller Laptop hier. Unser Platz Nummer 6, das HP Elite Book X2. Du hast den schon länger und hast richtig Spaß dran, ne? Ja, jetzt schon ein Jahr und ich kann den nur weiterempfehlen. Das macht super Spaß, halt auch mit der Tablet-Funktion. Das war unser Platz Nummer 6. Wir machen weiter mit Platz Nummer 5. Wir sind im Winter, wir haben den kältesten Dezember seit Jahren. Da hilft eine Konvektorheizung. Und da muss man grundsätzlich sagen, wir haben im Sommer haben wir die ersten Konvektorheizungen verkauft. So albern wie es klingt, Sie erinnern sich noch an den Sommer. Wir hatten zum Teil Temperaturen an die 40 Grad und wir haben nicht nur Luftkühler verkauft, wir haben zum Teil, also wirklich gegrinst, als wir auf unserer Disposition für den Tag sogenannte Zusatzheizungen gesehen haben. Klar, unsere Kunden wollten natürlich für den Winter vorsorgen, was mit Heizkosten und so weiter los war. Man wusste natürlich keiner, weiß auch aktuell immer noch keiner so wirklich. Und insofern waren unsere Kunden ganz heiß auf diese Zusatzheizkörper, speziell wie diese hier. Die sind gering im Verbrauch und sind ausgesprochen zuverlässig, wenn es um ihre Wunschtemperatur im Raum geht. Heißt im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Badezimmer oder vielleicht auch mal in Räumlichkeiten, die vielleicht über gar keine Heizung verfügen oder die man normalerweise nicht unbedingt beizt. Dass man Hauswirtschaftsraum oder mal im Büro, wo man mal eine Stunde oder zwei am Tag drin ist oder vielleicht auch mal ein kleines Ankleidezimmer oder irgendwas anderes, oder vielleicht mal eine Garage oder so. Hier haben wir einen sogenannten Konvektorheizkörper. Und dieser Konvektorheizkörper überzeugt durch ein ganz einfaches physikalisches Prinzip. Der zieht hier im unteren Teil quasi die kalte Luft des Raumes ein. Und über den oberen Teil, da wird die Luft ganz einfach im Inneren warm gemacht. Und im oberen Teil, Sie wissen, warme Luft steig auf, gibt er die warme Luft in den Raum weiter. Ihr Vorteil ist ganz einfach. Es reicht eine Steckdose. Und dann können Sie hier Ihre Wunschtemperatur einstellen. Das heißt, Sie möchten es auf 23, 24 Grad im Raum haben, aber die Zentralheizung im Keller vielleicht nicht unbedingt auf diese Temperatur hochdrehen, weil es ja nur doch ein kleines Vermögen kostet in diesem Winter. Dann stellen Sie sich doch ganz einfach mal so eine kleine Zusatzheizung hin. Und Sie werden feststellen, innerhalb weniger Minuten erreicht der hier schon, je nach Raumgröße, genau die Wunschtemperatur, die Sie eingestellt haben. Von der Bedienung her kinderleicht. Sie haben hier vorne ein kleines Display. Sie können mit Plus und Minus die Wunschtemperatur rauf und runter setzen. Wenn der Unterschied übrigens zwischen der aktuellen Temperatur, sagen wir mal 18, 19 Grad im Wohnraum zu 22, 23 Grad, die Temperatur, die Sie gerne haben möchten, dann braucht der Gradfall ungefähr 800 Watt Leistung. Und das ist deutlich weniger, allein im Verbrauch, wenn man es mal quer rechnet, als beispielsweise bei der großen Zentralheizung, egal ob Öl, Gas oder entsprechende Holzpellets. Kommen wir zu einem weiteren Highlight. Danke, Ingo. Das Schöne ist, dieser Heizkörper ist WLAN-fähig. Das heißt, den können Sie zu Hause über sich ins Netzwerk integrieren und können ganz einfach die Temperatur jederzeit ganz bequem entweder vorne am Display oder eben auch über Ihr Handy steuern. Ingo war so nett und haben ganz einfach hier mal, Ingo hat ganz einfach mal das Programm für Sie geöffnet. Und jetzt schalte ich das Ganze mal hoch. Wir sind bei 25 Grad, gehen wir ruhig mal 2, 3 Grad höher, mal auf 29 Grad. Und Sie sehen, dass hier vorne natürlich auch im Display das nicht sofort etwas tut. Ich gehe da mal runter, zack, noch mal auf 27 Grad. Ich hoffe, Sie können es einigermaßen gut erkennen. Das funktioniert natürlich vom Sofa aus. Das funktioniert aber genauso gut dann, wenn Sie unterwegs sind, wenn Sie jetzt zum Beispiel aus dem Büro kommen und sagen, ja gut, ich gehe da mal auf den Weihnachtsmarkt mit den Kollegen oder im Januar oder was, noch mal eine Runde spazieren und kommen was später. Und Sie sind auf dem Weg nach Hause, dann schalten Sie den Heizkörper doch einfach von unterwegs schon mal ein. Dann haben Sie es muckelig warm, wenn Sie nach Hause kommen. Tolles Modell, war lange Zeit ausverkauft und es geht jetzt ebenfalls auch bei diesem Modell schon wieder um die letzten Stückzahlen. Klar, der Wink hat angefangen. Ja, finde ich richtig klasse hier. Per App steuerbar, das finde ich so super, dass man es einfach auch von unterwegs aus steuern kann. Und Sie bekommen hier die WLAN-Konvektorheizung für gerade mal 113,99 Euro. Also nutzen Sie auf jeden Fall hier die Gelegenheit. Damit müssen Sie dann nicht mehr frieren. Und auch in den Räumen, wo vielleicht keine Heizung vorhanden ist, das war der Platz Nummer 5. Den bestellen Sie mit der ZX8106 und der 569. Und wir nähern uns schon so langsam dem Platz Nummer 1. Aber erst mal kommt jetzt der Platz Nummer 4 für Sie. Ja, wir bleiben mal bei der Wärme, weil es ist ja momentan wirklich enorm kalt. Bei uns hat es auch schon geschneit. Und da braucht man einfach gute Wärme zu Hause und natürlich auch smart. Guck mal, einer für dich. Und hiermit kann man ganz smart heizen. Und einer für mich. Fangen wir ganz einfach mal oldschool an mit so klassischen Heizkörperthermostaten, die Sie wahrscheinlich zu Hause haben. So sehen die Dinger aus normalerweise mit dieser Skalierung von 1 bis 5. Und realistisch betrachtet, haben wir in den letzten Jahren noch in der Regel einen solchen Heizkörperthermostat irgendwie auf 2 oder 3 oder was gedreht. Auch dann, wenn wir mal mehrere Stunden nicht zu Hause waren und haben die Heizung einfach mal laufen lassen, dann war es schön warm, wenn man nach Hause kam. Diese Dinger gehören mittlerweile der Vergangenheit an, wenn Sie das zulassen. Denn mit den modernen Heizkörperthermostaten, mit den programmierbaren Heizkörperthermostaten, können Sie ganz einfach und komfortabel ungefähr 30% Ihrer Heizkosten einsparen. Jetzt überlegen Sie sich mal, was Sie so im Laufe des Jahres schon an Abschlägen gezahlt haben. Was vielleicht in den letzten Jahren so an Nachzahlung kam. Und multiplizieren das mal mit den aktuellen Preisen für Gas oder für Heizöl. Dann wissen Sie, was das für ein Potenzial hat. Mit so einem kleinen Kerlchen hier, einem programmierbaren Heizkörperthermostat, sind Sie in der Lage, mehrere 100 Euro einzusparen. Wir zeigen Ihnen gerade aktuell das 6er Set. Das heißt, für 6 Heizkörper wunderbar geeignet in Ihrer Wohnung. Sie können im laufenden Betrieb, und das möchten wir Ihnen hier gerne mal zeigen, also auch dann, wenn die Heizung schon eingeschaltet ist und läuft, ganz einfach und komfortabel den alten Thermostat abdrehen und den neuen ganz einfach draufdrehen. Wenn die alten Thermostate ein bisschen fester draufhängen, dann sind Sie wahrscheinlich schon ein paar Jahre dran, nehmen Sie eine Rohrzange und schrauben die runter. Noch mal bitte, das funktioniert im laufenden Betrieb. Keine Angst, dass da Wasser rauskommt. Da ist ein Sperrventil drin, da kann nichts passieren. Den neuen Heizkörperthermostat ganz einfach draufdrehen. Und dann können Sie jetzt entweder hier vorne an dem kleinen Drehrädchen Ihre Wunschtemperatur einstellen und natürlich auch ablesen. Ganz einfach vorne auf dem Display. Sie sehen es hier, ja, komfortabel auf 23, 24 Grad. Noch interessanter wird es aber, wenn Sie einen solchen Heizkörperthermostat programmieren und zwar nach Ihrem ganz eigenen Tagesrhythmus. Ich glaube, die meisten Menschen haben speziell unter der Woche einen typischen Rhythmus. Stehen um 7 Uhr morgens auf oder bleiben wir bei dem Beispiel um 7 Uhr aufstehen, dann so bis um 8 Uhr im Badezimmer und dann geht man vielleicht um 9 Uhr aus dem Haus und ist dann irgendwann um 16 Uhr oder was dann wieder zu Hause. Jetzt können Sie diese Heizkörper so programmieren, dass in der Zeit, wo Sie nicht zu Hause sind, die Temperatur automatisch abgesenkt wird. Und dann, wenn Sie auf dem Weg nach Hause sind beispielsweise, aber von mir aus um halb 5 kann der Heizkörper so programmiert sein, dass die Heizung automatisch anspringt und Sie, wenn Sie nach Hause kommen, wohlige 23 Grad da drin haben. Das ist super. Im Badezimmer ist immer ein gutes Beispiel. Du bist 19 Stunden im Bad und abends eine Stunde im Bad. Dafür muss aber nicht 12 Stunden am Tag die Heizung laufen. Das kann man ganz einfach und komfortabel programmieren und mit dem sogenannten WLAN-Gateway, was hier mit dabei ist, bereits im Set enthalten ist, geht das eben von zu Hause, aber eben auch von unterwegs. Das Beispiel von eben, sei noch mal aufgegriffen, du stellst jetzt fest, Mensch, du hast einen Heizkörper auf 17 Uhr programmiert, um 17 Uhr soll das Heizen anfangen. Du gehst aber mit den Kollegen noch mal los, gehst noch mal was essen oder bist noch was länger im Büro oder was, aber der Heizkörper geht um 17 Uhr schon los, dann sagen Sie ihm doch ganz einfach, bitte nicht um 17 Uhr schon heizen, ich bin erst um 21 Uhr zu Hause, fange erst um halb 9 an, dann habe ich hier noch mal 2, 3 Stunden Heizleistung gespart. Im Schlafzimmer das Gleiche. Wie oft sind Sie tagsüber im Schlafzimmer? Ich für meinen Teil morgens, wenn ich aufstehe, wenn ich mich anziehe und dann abends auch wieder, wenn ich zu Bett gehe. In der Zwischenzeit, ich sag mal so, alles zwischen 8 Uhr und 22 Uhr, muss dieses Schlafzimmer ja nicht unbedingt auf 23 Grad geheizt sein. Da reicht es, wenn da 15, 16 Grad drin sind. Aber dann, wenn Sie natürlich zu Bett gehen wollen, können Sie den Heizkörperthermostat so programmieren, dass Sie Ihre Wunschtemperatur genau dann, wenn Sie es brauchen, im Raum haben. Das spart bares Geld. Einmal angeschafft, können Sie diese Thermostate natürlich immer wieder verwenden, auch wenn Sie die Wohnung mal wechseln. Und Sie werden feststellen, es geht kinderleicht von der Programmierung her und wird Ihnen gerade in diesem Winter, aber auch in den folgenden Winterperioden, immer wieder mal bares Geld sparen. Das ist eine tolle Variante. Monika hat das zu Hause, ne? Ja, du hast es selber angebracht. Ich habe die mir angeschafft. Ich bin super begeistert. Es ist jetzt immer warm, wenn ich nach Hause komme. Und in der Zwischenzeit ist die Heizung dann nicht auf 4 oder 5, wie sonst immer, mit den ganz normalen Thermostaten, sondern einfach ein bisschen kühler. Und damit spare ich Geld. Ich finde die klasse. Das spart bares Geld um die 30 Prozent, wenn nicht sogar mehr. Und das ist richtig viel Geld. Die amortisieren sich in kürzester Zeit. Das sechster Set dieser Heizkörperthermostate, die Sie im Internet steuern können mit dem Gateway, hat die Bestellnummer ZX-5281 und die 569. Die App ist fantastisch, ganz leicht zu bedienen. Das sind unsere, ja, wirklich super Seller hier aus dem letzten Jahr. Die Zusammenfassung hier, unsere Top Ten, speziell für Sie mal zusammengestellt. Und es sind wirklich tolle Produkte dabei. Schöne Sachen dabei. Gerade diese Heizkörperthermostate sparen Ihnen bares Geld. Das war unser Platz Nummer 4. Wir machen sofort weiter mit Platz Nummer 3. Ja, es geht weiter um Wärme. Und das ist ein absoluter Top-Seller. Wir haben die seit, Entschuldigung, seit ein, zwei Monaten erst im Programm. Und die ist jetzt schon auf Platz 3. Wir haben eine richtige Kuscheldecke für Sie im Programm. Und Sie glauben gar nicht, was Sie unsere Mädels gefreut haben, als wir die ins Programm aufgenommen haben. Ist jetzt ein paar Wochen her. Und seitdem ist es ein absoluter, absoluter Kassenschlager hier bei uns, weil sie unglaublich kuschelig weich ist und dabei auch so, so richtig schön cool aussieht. So richtig schön modern in so einem Silbergrau-Anthrazit. Toll gehalten. Unglaublich kuschelig weich. Aber der eigentliche Vorteil bei dieser Decke, neben dieser Kuschelqualität, ist die Tatsache, dass man hier eine Heizdecke hat. Dass Sie eine Heizdecke haben. Das heißt, wenn die Decke mal nicht ausreichen sollte, es mal richtig biestig kalt wird und wir sollen eine richtige Schlechtwetter- und Kälteperiode nächste Woche bekommen hier bei uns in Deutschland. Ja, bis zu 7.07. Dann schalten Sie doch ganz einfach eine Heizung zu. Ja. Ganz einfach, entweder über die Fernbedienung hier vorne an einem kleinen Kabel oder aber auch gerne per App steuerbar, weil Sie auch diese Heizdecke gerne ins Netzwerk integrieren können und mit dem Handy steuern. Wenn Sie damit nichts zu tun haben wollen, drücken Sie einfach hier aufs Knöpfchen und dann geht die Heizleistung entsprechend an und das auf drei verschiedene Stufen. Derjenige von Ihnen oder diejenigen von Ihnen, die klassische Heizdecken kennen aus der jüngeren Vergangenheit, wissen wahrscheinlich, dass die meisten Heizdecken mit einem Kabel ausgestattet sind. Das heißt, man muss immer gucken, wenn man sich irgendwo hinsetzt und sagt, ich möchte jetzt mal eine Heizdecke genießen, wo ist denn bitte die nächste Steckdose, wo kriege ich den Strom her? Das schränkt den Bewegungsradius oder den Gemütlichkeitsfaktor einer solchen Decke natürlich erheblich ein und deswegen waren wir sehr froh, dass wir dieses Modell bekommen haben, denn dieses Modell braucht keinen speziellen Stromanschluss, keine Steckdose oder was. Die funktioniert ganz einfach mit einer Powerbank. Da ist ein USB-Anschluss dran und sogar die Powerbank, die Sie brauchen, um hier die Heizleistung Ihrer Decke anzufordern, ist bereits im Lieferumfang enthalten. Das Schöne ist, diese Powerbank hat nicht nur einen Anschluss, hat insgesamt drei Anschlüsse, sodass Sie parallel dazu beispielsweise auch noch Ihr Handy laden können oder ein anderes elektronisches Gerät mit Strom versorgen können und eine praktische Tasche zum Verstauen der Powerbank ist auch noch mit drin. Das heißt, egal wo, ob Sie jetzt am Sofa liegen, ob Sie auf Ihrem Lieblingssessel sitzen, ob Sie eine Vorheizmöglichkeit noch fürs Bett brauchen oder beispielsweise im Auto, beim Camping oder was oder von mir aus auch mal draußen irgendwann im Frühjahr oder im Herbst, wenn Sie ein bisschen was Warmes über die Beine legen wollen. Diese Heizdecke steht Ihnen immer zur Verfügung, unabhängig von der Steckdose, weil man die mit jeder handelsüblichen Powerbank betreiben kann, wobei hier schon eine im Lieferumfang enthalten ist. Die ist toll, oder? Die ist wunderbar. Also ich verstehe auf jeden Fall, warum die jetzt hier auch bei uns mit in der Top-Ten-Show ist. Die ist klasse, die ist kuschelig, die ist super weich, man merkt hier kein Draht oder so, sonst merkt man das ja immer bei Heizdecken. Hier nicht, Sie haben die Powerbank mit dabei, Sie brauchen nicht mal eine Steckdose in der Nähe. Also ich finde die super und die Farbe, schaut euch diese Farbe an. Die ist cool, oder? Die Farbe ist richtig cool. Aber diese Heizdrähte, das ist Nanotechnologie, die sind so dünn, dass Sie die wirklich nicht... Ja, merkt man gar nicht. Und die ist trotzdem waschbar. Ja, super. Man kann den Bezug also abnehmen, ganz einfach zur Feinwäsche mitwaschen, aber es ist natürlich großartig. 1,80 Meter auf 1 Meter, das heißt, man hat also reichlich Platz, um sich reinzukuscheln. Und ganz besonderer Tipp, bei solchen Heizdecken hat Diana mehr oder weniger kreiert, die macht das ganz gerne mit ihrer Heizdecke zu Hause. Die legt sich so eine Heizdecke gerne mal, bevor sie zu Bett geht, einfach mal so eine halbe Stunde aufs Bett drauf und dann gehen sie in ein vorgewärmtes Bett hinein. Ist das bei den Temperaturen nicht eine Wohltat? Es ist so kalt im Moment. Ich heize meinen Schlafzimmer nicht. Boah, das ist sportlich. Da gehst du müde nach oben. Ich glaube, mein Schlafzimmer ist ja in der ersten Etage. Und legst dich müde ins Bett und bist erst mal wieder hellwach, weil es so kalt ist. Oder du bist ins Bett reinzitterst, bis es warm wird. Das kann hiermit nicht passieren. Die Decke heizt entsprechend richtig ordentlich ein bis 65 Grad Celsius. Und wenn das wie Musik klingt in Ihren Ohren, dann greifen Sie bitte zu. Ein unglaublich beliebtes Modell mit allem Komfort und zurück und überall einsetzbar, wo man sie haben möchte. Was für ein tolles Geschenk. Das ist doch mal eine coole Idee. Da hat endlich mal einer mitgedacht, ohne lästiges Kabel irgendwo anschließen zu müssen. Ganz einfach hinlegen, gemütlich machen, aufs Körpflin drücken und zack, kommt die Wärme. Das nenne ich persönlich absoluten Luxus. Ja, die Heizdecke hier hat die Bestellnummer ZX8266 und die 569 zum TV-Sonderpreis. 113,99 Euro. Kein Kabel, keine Steckdose. Sie können sich damit bewegen, wo Sie wollen und sind immer kuschelig warm in dieser super schicken Decke, die eben auch mal groß genug ist, dass man sich da auf dem Sofa mal zu zweit oder zu dritt runterlümeln kann. Gibt nichts Schöneres, als in der Kälte sich mal richtig zu relaxen. Super. Das war unser Platz Nummer 3. Wir machen weiter mit dem silbernen Platz, mit dem Platz Nummer 2. Das ist ein Produkt, das habe ich seit letztem Jahr und meine Frau und ich sind begeistert. Danke schön. Gehen wir mal über das Fenster putzen. Ja, großartig. Fenster putzen. Nein, bitte nicht. Einmal raus, Lappen raus. Party, party, party. Wer sind Sie? Also ganz ehrlich, gerade so in den letzten Wochen, so ab Oktober, wo das Wetter, sagen wir mal gelinde gesagt, wechselhaft ist, du weißt, im Privaten würde ich andere Worte finden dafür, hatte ich bei mir zu Hause das Gefühl, gerade auf der Wetterseite und ich habe viele Fenster gerade so Richtung Süden raus, hätte ich jeden zweiten Tag Fenster putzen können. Da sitzt man da, guckt raus, hat geregnet, es wird wieder trocken, wups, ist die Fensterscheibe wieder eingesaut. Das ist lästig und ich glaube, also ich persönlich kenne keinen Menschen, der gerne Fenster putzt. Lassen Sie sowas doch ganz einfach eine Maschine erledigen. Und wir sind mittlerweile im 21. Jahrhundert angekommen und können so eine Aufgabe ganz bedenkenlos und sehr, sehr zuverlässig hier von einem sogenannten, von einem sogenannten Fensterputzroboter machen lassen. Das heißt, ganz einfach draufsetzen, aufs Knöpfchen drücken, alles andere macht der Fensterputzroboter. Das ist einer der besten, die wir im Programm haben. Für mich persönlich der beste, den wir im Programm haben. Hat zwei Sprühfunktionen, das heißt nebelfeucht, wird die Scheibe vorgesprüht und dann geht der anschließend mit seinen Mikrofaserpads da drüber. Der hält sich für Unterdrück an der Scheibe und Sie können sich mal ganz entspannt mit anderen Geschichten beschäftigen. Ihr habt viele Fenster in Ihr Zuhause. Ja, lass mich mal alle Highlights hier, alle nacheinander auflisten. Bitte. Der putzt Fenster für mich. Ja. Das war's. Und das macht der ganz hervorragend. Das sind alle Highlights, die Sie wissen müssen, wirklich. Den setzen Sie aufs Fenster, drücken, start und schon legt er los. Da ist keine Sauerei dabei, weil er genau die richtige Menge, ja genau die richtige Menge an diese Sprühnebel da macht. Das ist ja wirklich ein ganz feiner Nebel. Keine Tropfen, also es ist keine Sauerei auf der Fensterbank. Ich muss keine Leiter aus dem Keller holen, ich muss keinen Eimer füllen, ich muss nicht abziehen und wischen und dann ist immer noch schmierig. Der macht das alles für Sie. Das ist das große, große Highlight hier. Ja, das ist genial. Alle glatten Flächen übrigens, ne? Das ist genau der Punkt. Also ich weiß, du weißt, ich streube mich immer gegen die Bezeichnung Fensterputzroboter, denn der ist noch sehr viel mehr. Das ist ein Oberflächenreiniger für alle glatten Flächen. Da muss man beim Fenster nicht Schluss machen. Auch eine Duschkabine kann der hervorragend ausreinigen. Der kann also auch gerne mal einen Fliesenspiegel im Badezimmer, in der Küche ausreinigen. Das sind alles glatte Flächen. Und dadurch, dass der eine hochsensible Lasertechnologie hat und den Untergrund abtastet, ist der also auch in der Lage, weiter zu putzen und zuverlässig reinzumachen, wenn der beispielsweise mal auch Fugen im Badezimmer oder in der Küche trifft. Also wirklich für alle glatten Flächen bestens geeignet. Wenn Sie einen großen Wintergarten haben, kennen Sie dieses Dilemma. Die sind häufig 3 Meter, 3,50 Meter hoch. Sie haben riesengroße Glasflächen, logischerweise mit Südausrichtung, sonst macht ein Wintergarten schöner ja nur auch wenig Sinn. Wir haben jetzt über Fenster gesprochen. Wann hast du das letzte Mal deine Fliesen im Bad sauber gemacht? Hast du die überhaupt schon mal sauber gemacht? Ja, das habe ich wohl gemacht. Als du eingezogen bist, ne? Wegen Haarspray. Ja, wegen Haarspray. Das mache ich so alle 2, 3 Monate mal, muss ich zugeben. Immer wenn ich so drübergehe und merke, Haarspray natürlich, ich bin ja nicht so ein eitler Mensch. Nee, also man merkt das, wenn man so drüber geht und die werden so stumpf, dann wird es langsam Zeit. Den Boden mache ich häufiger, ja, aber die Fliesen, naja, ist egal. Was für eine blöde Frage. Ja, sorry. Ich bin schon schockiert. Moni, wann hast du denn deine Badezimmerfliese das letzte Mal gemacht? Ich lasse das auch machen. Ach, du lässt das machen? Ja, natürlich. Ich habe auch so einen kleinen Hey von zu Hause. Das ist eine tolle Sache. Ich mache halt seine Sünden ein, oder? Ganz kurz, natürlich klingst du von uns. Gerade mal solche Sachen. Weißt du, du hast Haarspray, du hast Zahnpasta-Spritzer dran. Ja. Haben wir alle am Spiegel. Normalerweise, dann musst du erst mal jetzt einen Termin machen. Das kostet mich mehr Überwindung als Sport. Definitiv. Ja. Also gerade so hinter meinem Spiegel, ich habe so ein Spiegelelement im Badezimmer. Ja, kenne ich. Und dann habe ich relativ wenig Platz bis zur Wand dahinter. Ja. Ja, und so ein, zwei Spritzer Haarspray im Jahr nutze ich ja dann auch schon mal gelegentlich. Ja, und dann geht das immer hinten gegen die Fliesen drüber. Und man versteht so vor dem Spiegel... Deine Nase wird immer länger, Carsten. Nicht doch. Nicht doch. Nein, nein. So. Und dann steht man so vor dem Spiegel und guckt dann so dahinter und stellt auf einmal fest, oh, die sind so ein bisschen blind geworden. Ja, also wenn man so mal die anderen Fliesen so anschaut, die glänzen so schön und hinter mir werden sie so komisch, so komisch matt. Ja, und dann geht man mal mit dem Daumen drüber und stellt fest, oh, es ist mal wieder fällig. Ja, heißt, wieder mal den Lappen rausholen, mit Bad reinigen, einsprühen und so weiter. Ja, ganz ehrlich, nehmen Sie den Fensterputzroboter, den Reiniger für Oberflächen, setzen den drauf, drücken aufs Knöpfchen und dann lehnen Sie sich mal ganz entspannt zurück und beschäftigen Sie sich mit anderen Dingen, wie zum Beispiel mit dem Finish Ihrer Frisur, denn der hier, denn der hier reinigt zuverlässig die Oberfläche eben auch mal den Badezimmer aus. Ist ein unglaublich guter Helfer, Sie kriegen dreimal die Mikrofaserpads dazu, Sie kriegen ein Absturzseil mit dazu, auch mal für Dachschrägenfenster und so weiter. Fernbedienung ist mit dabei, können Sie auch per App steuern, können Sie auch lassen, ganz einfach auf den Knopf drücken und gut ist, ja. Reinigungsflüssigkeit auch mit dabei und absoluter Knaller und das für jedes Alter und für jede Etage bestens geeignet. Ja, hier muss man einfach zugreifen. Sie sehen auch gerade eingeblendet den Preis bei pearl.de, dort sind wir bei 440 Euro, müssen Sie aber hier nicht zahlen. In unserer Top-10-Show bekommen Sie nämlich den TV-Sonderpreis von 417,99 Euro und ich kann Ihnen sagen, das ist einfach eine super Zeitersparnis, das ist ein super kleiner Helfer und das wird einfach hier bestimmt irgendwann so wie die Geschirrspielmaschine und die Waschmaschine einfach, das gehört dann zum Alltag mit dazu. Also ich finde super, deshalb auch auf Platz Nummer 2 gewesen, ich sage Ihnen gerne noch die Bestellnummer. Das ist die ZX 7080 und die 569. Natürlich auch alles lieferbar, was wir Ihnen hier zeigen, das wollte ich auch nochmal erwähnen, das ist ja auch nicht überall der Fall. Ja und jetzt machen wir schon weiter mit dem nächsten und letzten Platz, ich bin ganz aufgeregt, das ist der Platz Nummer 1 für Sie. Und hier ist der Platz Nummer 1 in unserem Jahresrückblick, die Highlights von 2022. Super beliebt bei Ihnen, das ist der mobile Akkudruckreiniger. Ich gebe den direkt mal weiter. Ich bin überrascht, dass Diana ihn überhaupt aus der Hand gibt, weil sie ihn also auch schon sehr zu schätzen gelernt hat. Bei Moni, bei Moni, du hast ja auch Schwierigkeiten haben den wieder aus der Hand gelegt. Ja, ich wollte gerade sagen. Wir haben den schon benutzt im Sommer. Ja, ich saß im Büro und habe euch durch das Fenster beobachtet. Ich habe alles gesehen. Sehr gut. Kommt mal beruhig, zeigen Sie, Sie haben das meiste davon auch gesehen. Ein Hochdruckreiniger. Wie cool ist das denn bitte? Vor allem ein Hochdruckreiniger, für den Sie a. keinen Stromanschluss brauchen und b. keinen Wasseranschluss. Hä? Wie funktioniert das denn? Mit Kurbel und mit Spucke oder was? Nein. Ganz einfach. Der hat einen Akkubetrieb. Das bedeutet, der hat einen Hochleistungsakku unten drunter. Damit entfällt dementsprechend der Stromanschluss, was natürlich auch gerade im Außenbereich manchmal gar nicht so einfach ist. Und er braucht keinen Wasseranschluss, weil wir hier einen Schlauch dran haben und der kann Wasser aus jeder, wie auch immer gearteten Möglichkeit generieren. Diana hat hier ganz einfach mal einen Eimer mit Wasser genommen, den Schlauch reingepackt, abgezogen und schon kann sie hier mit Hochdruck reinigen. Und das ist natürlich dann super, wenn du jetzt hier mal in einem Bereich unterwegs bist, wo du normalerweise mit so einer riesengroßen Schlauchtrommel herangehen müsstest, um da überhaupt mal Wasser hinzubekommen. Hier ist es völlig egal, ob du ganz hinten im Grundstück oder vielleicht auch mal auf einer Leiter oder sowas, vielleicht mal das Dach oder sowas sauber machen willst. Das geht hiermit ohne weiteres, weil das Gerät an sich super leicht ist. Den kannst du natürlich hier auf punktgenau einstellen oder aber du verbreiterst den Sprühstrahl, wenn du jetzt eine größere Fläche ausreinigen möchtest. Diana zeigt uns das hier gerade mal sehr schön. Geht natürlich auch das ohne weiteres. Aber gerade der Punktstrahl, gerade so zwischen den Fliesen, vorne in der Auffahrt, hinten im Garten, zwischen den Platten, da setzt man gerne mal Moos an. Also nicht wir, sondern die Natur macht das in der Regel. Und dann hier ganz einfach über die Platten drüber, das Moos raus, den ganzen Schmutz da raus. Und ich sage, das sieht danach aus wie neu. Finde ich Spitzenklasse. Ihr habt Fahrräder, Fenster, Gartenmöbel usw. Ja, der Grill. Unser Grill, der sah ja aus wie Sau. Der Grill, der hat gelitten im Sommer. Ja, ja. Kann man hier wirklich einfach sauer machen. Das macht einen Riesenspaß, weil man den Erfolg natürlich auch sofort sieht. Schauen Sie mal hier. diesen, ja, Moos oder was das da ist, was da runterkommt, ne? Diana wusste gar nicht, dass wir rote Steine haben. Das haben Sie ja vorhin auch gesehen. Das wusste keiner von uns. Wir waren alle überrascht. Die sind rot. Die sehen da grau aus, oder? Ja. Und für den braucht man keinen Strom. Man braucht keinen Schlauch. Das ist ja sonst immer, zieht man über diese Kiste hinter sich her. Man muss einen Mordsverlängerungskabel haben. Einen Schlauch anbinden. 20, 30 Kilo wie in die Biester. Da ist man natürlich auch mobiler. Man kann mal einen Balkon sauber machen, einen zweiten Stock. Machen Sie das mal mit einem normalen Hochdruckreiniger. Das wird nicht funktionieren. Der Akku ist dabei. Der Hochleistungsakku ist dabei und ein Schnellladegerät auch noch. Es ist nicht normal bei diesen akkubetriebenen Sachen. Was glauben Sie, wie beliebt dieser mobile Druckreiniger ist bei den Campern? Ja. So ein Eimer ist mal schnell aufgetrieben. Ein Bach. Man nimmt mal eine Schüssel. Nehmen Sie eine Schüssel, füllen die mit Wasser und dann machen Sie mal sauber. Einmal rund um den ganzen Campingwagen. Guck mal, die haben da mal festgebrochen. Das ist echt ein Schnellladegerät. Ja, 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 ja. Das hat so Spaß gemacht. Also ich habe noch nie gerne geputzt, aber hiermit macht es halt richtig Spaß. Das ist großartig, oder? Ja, ich sage mal, wir haben jetzt 25 Bar Druck. Die meisten Hochdruckreiniger arbeiten so mit 120, 130 Bar Druck. Da musst du schon aufpassen. Wenn du da zu nah dran gehst, kannst du auch schon mal was kaputt machen. Gerade bei Holzelementen oder auch mal bei Lacken und so weiter, bei Fahrrädern. Hier haben Sie 25 Bar Druck. Das ist hervorragend, um Schmutz zu entfernen. Ja, das ist ja schon genug zum Material. Hier mal das Fahrrad. Ja, nach so einer Fahrradtour. Musst du nicht extra zur Tankestelle fahren und das da machen, sondern ganz einfach hier mal eben kurz drüber gehen. Ja, völlig egal, ob du einen Wasseranschluss hast oder einen Stromanschluss. Das funktioniert also wirklich überall. Und damit kriegst du auch mal die Räder sauber, mal verschiedenste Sachen sauber. Geben Sie einem Mann einen Hochdruckreiniger in die Hand und Sie wären überrascht, was alles auf einmal sauber zu machen ist. Ja, vor allem, du kommst da an die Stellen, wo du mit dem Latten gar nicht hinkommst. Gerade bei so einem Fahrrad, da zwischen den Speichen am Sattel. Das haben wir früher mit der Zahnbürste gemacht. Wie ätzend war das denn? Ja, vergessen Sie das. Holen Sie sich hier einfach diesen Hochdruckreiniger. Ein mobiler Akku-Hochdruckreiniger. Das hat Spaß gemacht, Moni, ne? Das hat richtig Spaß gemacht. Hat mich richtig gefreut hier. Nicht ohne Grund, der Platz Nummer 1 war immer sehr oft auch vergriffen, ne? Musste man ja auch nochmal vorbestellen, ja. Und wir haben noch einen Sonderkontinent. Gucken Sie mal hier, das ist noch unser 2022-Preis hier. Das ist bei Pearl.de. Sie sparen hier tatsächlich 30 Euro nochmal oder 40 Euro zum Pearl.de oder Katalogpreis für unsere anderen Kunden. Das ist alles, was wir Ihnen gezeigt haben, sind noch die 2022-Preise. Nächstes Jahr wird alles teurer. Jetzt ist die Gelegenheit, hier zuzuschlagen. Das war unsere Top Ten. Das hat Riesen-Spaß gemacht. Wir haben tolle Produkte gehabt. Ja, danke dem Paar. Sie haben mit Sicherheit auch was gefunden, was Ihnen gefällt. Jetzt müssen Sie ran ans Telefon. Sichern Sie sich den TV-Sonderpreis. Dann ganz viel Spaß damit.